Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MB2. Wir sind am dritten Tag unserer Battle-Woche und Alex und ich werden das Team von Jan zerstören mit Raketenwerfer. Heute sind nur Raketenwerfer erlaubt, nur der X-2-Raketenwerfer. Ähm, ja. Wir haben Marathon, direkte Gefahr und Ninja drauf. Alex, bist du fertig? Ja. Dann drück hier. Jetzt auf Starten. Ja, wir führen gerade, das ist auch ganz gut. Boah, ich will jetzt nebenbei noch so einen geilen Osterhasen essen essen. Mega. Stimmt, wir sind gerade Ostern, heute ist Ostermontag. Alles schön, ich komme gerade vom Arbeiten. Alex hat sich gerade runtergeholt. Oh ja, oh ja. Das sind die perfekten Voraussetzungen, um jetzt zu gewinnen. Alter, scheiß ist das laut, glaube ich. Irgendwas rauscht hier ganz doll. Ach, das ist das Flugzeug wahrscheinlich, ne? Weiß nicht, bin ich das? Nee, ist in-game. Ich habe gerade mal leiser gemacht. So, bist du schon drück? Ah, doch, ist alles okay. Gut, wollen wir beide? Wir dürfen auf jeden Fall nicht direkt nebeneinander laufen. Erstmal direkt nebeneinander laufen. Fuck, nicht getroffen. Hier ist einer von B-Seite aus. Okay. Scheiße, ich kann jetzt nicht ansagen, dass ich keine Muni mehr habe. Ist ja super. Muss ich das jetzt immer so machen? Bist du auch noch am Leben? Ne, du wurdest gemessert. Fuck. Jetzt müssen wir beide messen, oder? Ich habe mich selber getötet. Wer lebt denn jetzt noch? Lebt noch Tom nur noch? Schreibt mal bitte, dass wir nur noch no schreiben müssen. Wenn, äh, wer keine Muni mehr haben, damit er schneller geht. Das wäre ganz cool. So, wo ist denn der Arschi? Um, 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 um. Also, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Er muss aber schießen. Siehst du, jetzt hat er einen Schuss verdattelt. Er hat noch einen, er hat noch einen. So ein Scheiß. Komm, schieß. Was soll ich denn jetzt machen? Fuck. Doch, ich habe gesehen, wie er nachgeladen hat. So, dann haben wir es jetzt auch. Mann, Mann, Mann. Da haben wir die erste Runde gleich verloren. Ich muss gleich mal ein bisschen lauter machen, den Sound. Okay, ich versuche sie zu flankieren. Die werden ja dabei, die wieder am Flugzeug. Was, der war hinter mir? Scheiße. Alter. Er schreibt no. Und du bist tot. Wir müssen jetzt... Ah, Scheiße. So. Ich gehe über die kleine Treppe unterm Flugzeug. Dann kannst du sagen, ob da einer ist, des Scoutes sozusagen, und dann komme ich hin und bolle ihn ab. Nee, ich bin im Flugzeug. Hier ist einer. Fuck, ich habe ihn getötet, aber mich selbst. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, mich noch dabei zu töten. Wen denn, Jan oder Popel? Äh, ich habe Tom getötet. Jan oder Popel? Nein, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn. Mann, Raketen wäre fast langweilig. Ach, das schaffen wir schon. Hast du noch Schuss? Ja, zwei. Was hast du dir denn da angemacht? Visier. Ist das nicht nur gegen, ähm, Dings da? Wie heißt das? Ähm, vielleicht hat er erkannt... Oh, er ist da. Oh, nein! Ich glaube, er hat die ganze Zeit visiert, ja. Dann kann man nämlich schneller abdrücken, das sollten wir auch machen. Ja, ist ja logisch. Ja, als ob der nicht in die Wand geschossen hätte. Aber dass er dich auf einmal so gesehen hätte, vielleicht hat er dich gehört, egal. Okay, wir müssen das jetzt irgendwie schlauer machen, wir sind nämlich... Okay. Sofort, wenn da einer hinten erscheint, schieße ich. Hinten beim Flugzeug. So, dass keiner, dass wir nicht doppelt schießen. Okay, dann kommen sie vielleicht von hier. Auch nicht. Ich laufe einfach visiert hier durch die Gegend gleich. Scheiße. Ich trau mich nicht ins Flugzeug rein, zu dir. Ich glaube, die sind da. Ne, ich geh da auch nicht rein. Wo? Weiß ich nicht. Bei B war der Punkt. B, Sport wahrscheinlich. Hm. Dann ist er wahrscheinlich im Cockpit. Egal, wir versuchen das jetzt mit Taktik hier hinzukommen. Ist für uns gegenseitig... Okay, den Punkt habe ich nicht mehr gesehen, oder was du das? Alex? Okay, ich glaube, Alex ist nicht mehr... Oh, hier ist einer, hier ist einer, der kommt runter zu dir. So. Jetzt haben wir noch einen bei B. Nein, ich habe gerade abgedrückt, so ein Scheiß. Fuck. Wir dürfen nicht so hoch verlieren, ey. Wir haben gar nicht so viele Punkte, gut. Alter, was geht denn mit denen ab, bitte? Ja, ich bin nicht so der Turer. Das sind mir ja noch gekommen. Ah, die haben Dings da drauf, Plünderer. Ja, ich auch. Das ist natürlich... Hätte ich auch machen müssen, ja. Okay, ich ziehe wieder aus dem Flugzeug. Okay, lass bei A-Blenden gehen. Hä? Lol. Von wo? Oh, fuck, ey. Wie schnell der Ziel. Das ist unglaublich. Fuck, wir müssen irgendwas machen. Scheiße, wir dürfen nicht so hoch verlieren. Oh, Jan, ey. So ein Spaß. Ja, als ob der nicht gegen den Apparat da geschossen hätte, ne? Also ich weiß noch, als wir es bei Black Ops gespielt haben, da war es so, dass die Hitbox, wenn man auf einer erhöhten Position steht, nicht so hart ist. Okay. Okay, das war gut, Alex. Das war nice. So, jetzt sind wir auch mal wieder am Start hier. Wechten jetzt gleich kommen. Mi-mi-mi. Visier war nicht erlaubt ich dachte du hast die Klamotten daraus liegen wir sind momentan noch die mit den meisten Toten das werden wir demnächst ändern erhöhte Position ist immer gut ich gehe rauf okay da hinten ist keiner da hinten sind sie die sind hinten bei Einer ist unten im Dingshop wer ist denn der Shop Einer ist den beim Flugzeug oder den beim Shop gut dann war eben einer hinten beim Flugzeug der ist im Cockpit im Cockpit nice okay immer eine erhöhte Position suchen zumindest einer von uns weil es ist ganz schwer von unten jemand zu töten dass du den da getötet hast lol du hättest aber auch reingepallert ja ja als ob die eine Aufklärungstone haben fuck tot? nee aber ich habe keine Munde mehr so komm her komm her so nice so jetzt haben wir drei Runden in Folge geholt jawohl konnte gerade nicht schreiben ja so ein Pech aber auch ich gehe wieder hoch obwohl diesmal nicht ich glaube er denkt wieder dass ich hoch gehe oh hier sind zwei die sind beide hier bei der A-Seite einer hier ganz hinten weil da wo bei TTT die ganzen Waffen sind ja wo was ist? ah da ja genau da wo dieser Bürgerland ist da stand er drin da steht er immer noch what alter wie die verzogen ist hast du es gesehen? was? egal egal momentan kriegen sie schon mal einen Punkt abgezogen was? momentan kriegen die schon mal einen Punkt abgezogen warum? weil die die meisten Tode haben oh ja das ist schon mal gut und wir holen auf das ist auch gut ich glaube ich nehme doch wieder die erhöhte Position ähm ne ich wurde direkt weggeratzt die waren da halt beide okay sobald jemand hier hinkommt töt' ich ihn wieder wo sind sie? einer war am Flugzeug einer war auf der A-Seite gut dann ich pass auf den auf im Flugzeug hoffentlich kommt der hier gleich rein auf dem Flugzeug A-Seite oben drauf ist er nicht soweit ich das sehe nice one du bist bester und die haben die meisten Tode das ist optimal alter wo ist die denn der explodiert? ah ne der ist selber gekillt oder? ja geht das eigentlich ähm kann man eigentlich schnell schießen aus der Hüfte ja 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 nicht A-Seite sehe ich keinen der liegt im Gang beim Flugzeug fuck ja erhöhte Position ist gut Dings hat keine Amo mehr nice der hat selbst getötet ja na bam boah alter wie wird das hier grad noch das ist echt spannend das ist echt spannend Innocent vollidiot wir haben die Bombe ein Kill noch nicht auf Payflow was? glaub ich das ist geil ne 2 oder? ne ein so jetzt erstmal abwarten ob hier einer beim Flugzeug kommt ich bete drum fahrs keiner oben drauf oben drauf fuck wie hat er mich bekommen obendrauf und Flugzeug Gang halt ja er hat sich nicht selbst getötet ne 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 ja weil wenn du tot bist in dem Moment zählst du ne äh dann wird ja nicht mal weitergezählt er kippt sich trotzdem selber kichiii ja aber ab dem du tot bist wird kein Schaden mehr genommen ja aber die Ex-Personist hat zuerst bei dir Ja aber wie ist die Ex-Personist hat zuerst bei dir meinst du? da ist ja egal im Flugzeuggang jo ich geh hinten rum versuch zu raschen ein bisschen und lauf zum Flugzeuggang dann ist er noch da? fuck! bist du tot? ja aber er hat sich selbst gekillt bin ich der Meinung guck mal Leute Leute ich hab den nicht gesehen Leute ey das kann nur nicht sein egal 5-8 wir sind noch im Spiel sind wir noch ich bin im Flugzeug drin ich bin im Flugzeug drin nein daneben das gibt's nicht nein wo denn? äh vorne am Flugzeuggang hast du ihn? gut wer war das? er ist im Bücherladen er ist im Bücherladen hab ihn jetzt, jetzt flamme ich bestimmt dass du nur N geschrieben hast ach komm das ist ja wohl ich hab dir vorbei geschossen boah das ist echt spannend ich lauf wieder durch den Bürgerladen direkt ich lauf auch zuerst mit der ähm MP nein wie kann der denn so schnell schießen? der Spacken der war direkt da uh 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 hast du ihn? ich hab getroffen aber n oh Gott dann halt ihn auf Abstand der kommt ja gleich wie so eine Flunder zu dir gelaufen no for Tom ja stimmt das können wir auch machen wenn einer von uns Zeit hat again hä was soll denn das Y denn jetzt heißen ist gewonnen? warum hat der N geschrieben? hat wieder ah er hat ja wieder jetzt wird zum Glück selber gekillt oder? wir haben die Runde gewonnen ne? ja ich plane bei A ich plane bei A weil dann schützen wir jetzt A ganz doll dann kommen sie da nicht ran egal Poplobel ist tot ok fuck wo ist er? was? wo war er denn? ach ne ey das ist scheiße egal das ist ganz knapp und wir kriegen zwei Punkte und die kriegen einen Abzug bis jetzt toll das richtig gut Alex was? wir werden mit Q das wie sie aktivieren Flugzeug jup der Radar ist auch ein bisschen gestörter hab ihn er hat mich aber auch was? ey das kann doch nicht sein fuck jetzt hat Jan auch elf kills oh man und ich hab auch zwölf Tode ja ey wie die am rumlacken sind ne? ja ey wie die am rumlacken sind ne? das ziel zerstören der Tom ist auch tot ne? wie Tom ist tot? ey du hast Tom getötet? du hast Tom getötet echt? das ist mir gar nicht aufgefallen ne ich hab keinen Kill dazu bekommen ja da hat er sich selbst getötet aber ich hab gegen Jan gekämpft und hat er sich einfach so selbst getötet ok lass jetzt ganz vorsichtig vorgehen glaube ich oder? wir können das nicht mehr gewinnen camp jetzt auch da einfach hoch ja die sind zu zweit hier da ist nicht direkt da vorne oder schon? bin ich nicht ich hab nur kurz geguckt und da waren sie beide einer vor dem Flugzeuggang ich hab Jan war der andere da auch? weiß ich nicht hab ich nicht gesehen der hat mir auf ihn ja der ist da der ist da der könnte da jetzt reingehen wenn der nicht rein da ist reingegangen er ist reingegangen der ist gerade vorbeigelaufen der müsste jetzt gleich ein Flugzeug erscheinen ja halt mal so dann siehst du immer wenn er da langläuft no hat wieder ok dann ist er an mir vorbeigelaufen da muss er jetzt gleich ein Flugzeug sein du hast ja Zeit er muss planten spielen wir das aus da er ist im Flugzeug noch nicht ey was? da kann man nicht durchschießen oh nein die kriegen jetzt richtig viele Punkte wir kriegen einen Abzug und die kriegen zwei dazu hä? da ist ne Scheibe hallo? da ist ne Scheibe hallo? alter Scheiße ja gut das wars dann dann haben wir ja zwei Punkte kriegen die und wir kriegen einen Abzug ja danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ich die das ist Vielen Dank.